PEGI 18 Ihr wisst doch, dass manche Mädchen Vampire als Freunde haben. Mein Freund ist ein abgetrennter Kopf. Wie total abgefahren ist das denn? Sein Name ist Nick. Er war nicht immer nur ein Kopf. Normalerweise hat er einen richtig heißen Arsch. Juliette! Doch dann wurde er von einem Zombie gebissen. Hör mal, ich möchte, dass du weißt, dass ich dich irgendwie liebe. Also musste ich eine kleine Notfalloperation vornehmen. Ich liebe dich auch, Baby. Juliette, was zum Teufel? Fuck, wo ist mein Körper? Hätte ich dir den Kopf nicht abgesäbelt, wäre das Gift total in dein Gehirn geschossen und hätte dich in ein Zombie verwandelt. Wie kann ich überhaupt noch reden ohne meine verdammte Brust? Ich hoffe, er kommt schnell darüber hinweg, denn ich liebe ihn so sehr. Wow, sexy. Er ist super schlau und lustig und nicht so verwehrt wie die meisten Typen. Möchtest du mal Babys haben, Nick? Ich glaube, das ist eher unwichtig in Anbetracht meiner Situation. Aber zuerst legen Nick und ich uns so richtig mit diesen sabbernden Zombie-Idioten an. Töte sie! Yeah! Und hoch geht's, Bay! Geil! Let's shoot! Let's hit! Ha! 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 squash watched perceive Pier Бог! Untertitelung des ZDF, 2020